Es gibt in der Webex-App drei Einstellungen, auf die wir Sie gern hinweisen wollen, da Sie diese gegebenenfalls umstellen möchten. Diese betreffen die Sichtbarkeit Ihres Status und Ihrer Verfügbarkeit, die automatische Aktivierung Ihrer Kamera bei Videoanrufen und die Nutzung Ihres Mikrofons und Ihres WLANs zur Ortung von Webex-Geräten in der Nähe. Um diese Einstellung vorzunehmen, klicken Sie zunächst auf Ihr Profilbild und dann auf Einstellung. Die erste Einstellung betrifft Ihre Status- und Verfügbarkeitsanzeige und ist unter dem Punkt Datenschutz zu finden. Möchten Sie verhindern, dass andere Personen Ihren Status oder Ihre Verfügbarkeit sehen können, entfernen Sie hier das Häkchen. Die zweite Einstellung finden Sie unter Anrufe. Möchten Sie nicht, dass Ihre Kamera automatisch aktiviert wird, wenn Sie einen eingehenden Videoanruf annehmen, entfernen Sie auch hier das entsprechende Häkchen. Sie können sich dann während eines Videoanrufs immer noch zum Einschalten Ihrer Kamera entschließen. Die dritte Einstellung ist unter Geräte zu finden. Webex kann mit Hilfe von Ultraschall und WLAN erkennen, ob sich Webex-Geräte wie beispielsweise ein Webex-Board in der Nähe befinden, um sich mit diesen zu verbinden. Für die Ultraschall-Erkennung nutzt die App Ihr Mikrofon. Beide Funktionen können Sie bedenkenlos deaktivieren, solange Sie nicht explizit Webex-Geräte nutzen wollen. Alle Änderungen müssen Sie jeweils mit einem Klick auf Speichern bestätigen.